Danke übrigens auch an den Walter Kammerhofer, der uns jetzt auf Instagram folgt. Österreicher Kabarettist. Spannend. Das ist wieder eine Frage der Social Media. Nein, ich bin sehr gefreut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit dem Bild von ihm gesehen. Den Namen kenne ich irgendwo her, gell? Habe mir das Gesicht nicht bekannt vorkommen? Nein, ja. Weil ich halt nur die Videos kennen von ihm, wo er als Kauferkleider ist, gell? Ja, lustig. Mein Gott! Das ist gut. Das ist gut. Ja, die Waldburg. Ja, die Waldburg. Das hat uns übrigens sehr gefallen. Da haben Sie wohl auch gepostet, also abgefüllt und gepostet auf so einem Instagram-Kanal. Ah ja, spannend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Amen. Also gut. Das wusste ich dir. Das wusste ich dir. Mein Gott, das sieht dir auch die Lore. Ja, grüß dich. Grüß dich auch die Lore. Ja, Deutsch-Bahn-Bürger. Ja, ich weiß was deins. Ich weiß was deins. Ich weiß was deins. Ich war grad im Fernsehen. Ja? Also... YouTube. Social-Mating-Things. Ja? Nullpunkt. Die lieben Buben. Von Nullpunkt. Alles Gute Österreich heißt das. Das musst du auch sagen. Die sind gut. Die musst du auch sagen. Ja? Da war ich jetzt drin. Ja! Bitte? Was? Der Social-Mating-Things. Ja, das musst du auch sagen. Was? Ah, du musst ja. Ich wollte das noch kurz sagen. Das ist super. Ja, da bin ich drin. Fertig. Ja. Mein Gott, nein. So, liebe Buben. Ja. Ja. Ja.